Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, heute mal in einer etwas anderen Perspektive. Und zwar habe ich mir gedacht, ich führe euch heute mal zeigen, wie das Griefer Games Forum funktioniert. Und da das letzte Tutorial dazu auch schon ein bisschen ein Jahr alt ist, deswegen, und da sich in dieser Zeit auch schon ein bisschen was geändert hat, habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach das nochmal von neuem vorab. Wenn euch solche Videos gefallen oder ihr generell mehr zu Griefer Games erfahren wollt, könnt ihr gerne abonnieren. So, dann gehen wir jetzt erstmal, da wollten wir nicht drauf, das war nämlich das falsche Forum. Und zwar gehen wir jetzt auf Griefer Games. Das erste, wenn ihr Griefer Games Forum eingebt, den ihr im Browser, könnt ihr auch am Handy machen, dann kommt erstmal sowas, das ist jetzt im Prinzip erstmal so eine Startseite von Griefer Games. Ihr kommt jetzt zu den verschiedenen News, Vote, Preise zu den Jobs und halt im Forum. Gehen wir jetzt hier ins Forum rein. Ich müsste auch noch animated sein, wie ihr seht, ich bin jetzt gerade auch schon animated mit meiner Account. Falls ihr noch keinen habt, müsst ihr euch einen erstellen. Und ja, das Forum ist generell erstmal so aufgebaut in verschiedenen Tabs, wie ihr hier sehen könnt. Erstmal allgemein News, sprich, wenn da irgendwas Neues, Wichtiges rauskommt, was für ein Server wichtig ist, wird es da oben angezeigt, dann ist hier so eine neue Nachricht, wie zum Beispiel hier. Griefer Games sind hier nochmal das Netzwerk, die Regeln, der Shop und der Junklog. Forum, das ist jetzt allgemein ungelesene Beiträge. Das sind allgemein alle Beiträge, die User schreiben und so. Und abonnierte Beiträge sind Beiträge, wo ihr unter, selber drunter geschrieben habt. Und das weiß ich selber gar nicht, was das ist. Und aktuellste ist, glaube ich, das, was am letzten geschrieben wurde. FAQ, sagt ja schon der Name, Fragerunde halt. Community ist halt, ähm, sind die verschiedenen Teammitglieder, sind auch, ähm, die YouTuber, glaube ich, auch erlistet von sozialen Medien. Und halt, äh, allgemein, ich glaube auch, Küferwert kann man auch zurück drauf haben. Hier ist der Support und, äh, schnelle Funktion halt, Spieler-Man, Scammer-Man, Strafe aufheben, Fehler-Man. Also, da kann man verschiedene Anträge schreiben zu verschiedenen Dingen. Wenn man zum Beispiel einen Scammer-Man will oder so, muss man das hier nicht erst ewig so. Was ich aber jetzt immer ganz gerne mache, ähm, wo man das vielleicht auch ein bisschen übersichtlich hat. Ihr seid jetzt, äh, noch nicht in der Perspektive, wie ich jetzt bin meistens. Dann geht ihr einfach oben auf Forum, auf ungelesene Beiträge. Dann kommt ihr erstmal zu dem Fenster. Aber wir haben jetzt erstmal alle ungelesenen Beiträge aufgelistet von jedem Thema. Das ist, geht von Entball, von Scammer-Man bis zu, ähm, in Handelsregister, was eingebunden wird. Und danach geht ihr hier oben, links, auf Griefer Games Forum. Griefer Games Forum. Da gibt es dann halt verschiedene, ähm, Bereiche wie eine Kündigungsbereich, Umfragen von der Community, von der Community. Aber auch Events, die angekündigt werden, sowohl von Spielern als auch vom Server selber. Und zwar allgemeine Tutorials und, äh, Redstone Tutorials, die werden auch von Spielern reingestellt, wie ihr sehen könnt. Da habe ich mich jetzt noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt, weil, ich sag mal, Redstone of Griefer Games ist jetzt noch nicht so beliebt. Also, das, was heißt nicht beliebt, aber es funktioniert selten. Hier seht ihr gerade die beoffenen Bewerbungsphasen, das Moment, Developer, Designer und Bilder ist eigentlich immer offen. Suchen die immer, Supporter und Content ist geschlossen, wie ihr sehen könnt. Support in-game, support out-game, ähm, könnt ihr, in-game wisst ihr halt, wenn es sowas umgeht, Plot-Erweiterung, sowas, alles, Scamming. Scamming gehört da eigentlich nicht mit dran, weil die können euch nichts zurückerstatten. Und out-of-gaming ist zum Beispiel sowas wie Echtgetan, Minicraft, Minecraft-Account anbezogen und so weiter. Hier könnt ihr Vorschläge und Ideen reichen, also der Community-Bereich, Federmeldung. Und ihr könnt auch Beschwerden über Spiele einrechnen, ähm, das ist dann eher sowas wie Beleidigung, oder hast du nicht gesehen? Und Strafaufhebungsanträge, sagt ja schon der Name, falls ihr irgendwie eine Strafe selber habt und wissen wollt, warum, könnt ihr da nachfragen. Oder falls ihr eine Strafe aufheben wollt, euch entschuldigen wollt und so weiter, vielleicht eine Chance habt auf eine Reduzierung dadurch. Warnung vor Spielern ist allgemein, ähm, ist, denke ich mal, diese Scamming-Pweise. Ähm, hier werden hauptsächlich Scammer gemeldet, mit auch dem, dementsprechendem Beweis, ich kann euch das hier zum Beispiel mal zeigen, 15k-Aufrufe, sprich, da werden auch dementsprechend, wenn ihr um eine etwas größere Summe gescampt wurde, selbst wenn es da nur um 100k geht, aber wenn das schon sehr dreist ist, greifen da viele Leute drauf euch zu und können euch da auch helfen. Manche spenden auch sowas und hier werden dann halt meistens, wenn ihr sowas macht, werden dort lange Texte verfasst, wo das genau erklärt wird mit dem Beweis. So, aber wo wir jetzt eigentlich, hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so näher drauf eingehen, wofür uns eigentlich eher interessiert, ist hier das H-Netzregister, das ist, glaube ich, für die meisten spannend. Hier dieser Office-Bereich, ähm, es ist, hier werden Umfragen gemacht und so weiter und Vorstellungen von Shops, das hast du ja nicht gesehen. Shop-Vorstellungen seht ihr hier. Aber die Bereiche, die uns am meisten interessieren, sind die, die und die. Weil diese Shop-Vorstellungen ist eigentlich, eigentlich meistens nur für Leute, die einen etwas größeren, ähm, Bot-Shop oder sonst was haben. Aber da guckt nicht, finde ich, guckt nicht wirklich jeder rein. Preisfindung ist halt zum Beispiel für Items, die bei Grief-Wert nicht ausgeschildert sind, wenn es um, ähm, ich sag mal einmalige Admin-Items geht oder so ein 50k Holzschwert hier. Ähm, oder so ein Drachenkopf, hier Lucky Block Rüstung hat man nicht gesehen, da gibt es auch viele Leute, die helfen, wie ihr seht. Es sind jetzt ein paar Antworten drunter, aber nicht allzu viele. Aber auf dem Bereich, wo ich jetzt eingehen will, ist wie gesagt der Handnetz-Bereich. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Ich-Biete. Ich-Biete, ähm, seht ihr erstmal, ist ein ganz schönes Chaos. Falls ihr da, äh, da könnt ihr auch sortieren mit dem Filter hier links. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr erstmal Auswahl machen. Nach City-Bild, sagen wir mal, das ist eigentlich eher wichtig, wenn ihr Plots kaufen wollt. Sagen wir mal, ich suche ein Plott auf City-Bild 2. Ein Grundstück. Und, ähm, im Direktverkauf. Und offen. Und das sollte die letzten 24 Stunden reingestellt worden sein. Status am besten, äh, gelesen, ungelesen. Offenwärtig ist, macht einfach keine Auswahl hier. Ähm, hier mache ich eigentlich persönlich immer, ähm, 24 Stunden rein. Weil alles, was länger ist, ist meistens eh schon weg. Ja, es macht immer den Filter mit 24 Stunden rein, den seid auf der selben Seite. Das ist auch noch da, das. So, dann sehen wir mal hier. Seht ihr, da wird euch angezeigt. Keine Nix gefunden. Und dann müssen wir hier wieder zurück zum Handelsregister. Dann kommen wir hier wieder drauf. Hm, dann können wir hier zum Beispiel allgemein erstmal nach Grundstücken suchen. Hier. Und dann werden euch alle Grundstücke auf die Liste, die in den letzten 24 Stunden reingestellt sind. Das geht von 2er Merge bis 116er Merge, die Komplettport sind. Also gibt es wirklich was für Leute, für, ich sag mal, von 50 bis 100k, aber auch von 100k bis, äh, nach oben. Keine Grenzen halt, ja. Ja, ist klar. So. Was aber hier auch sehr interessant ist, dass es verschiedene Dinge gibt. Zum Beispiel Kisten mit Admin-Items. Ihr könnt hier auch Material suchen. Können wir jetzt auch mal machen. In Material suche. Hier wurde, ähm, Baumaterial wird hier hauptsächlich reingestellt. Unter Material verstehe ich persönlich. Baumaterial. Ja, Grundstein, naja, kann man sich drüber streiten. Dacheneier ist auch immer so ein Ding. Halt, ich weiß nicht, ob das jetzt Material zählt. Für mich zählt eigentlich eher immer so Baustoff, Rohmengen, so DK Knochen, DK Kuchen oder sowas. Ja, gut, äh, Eisenblöcke 70dk ist, ist gar nicht so ungewöhnlich. Wird öfters mal reingestellt, ähm, so was in den hohen Mengen. Aber, was hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will Kisten Admin-Items kaufen, haben wir im Moment, ähm, beim Kacheln, ich spiele 500.000, wenn man ein bisschen was investieren. Könnt ihr da draufgehen, letzten 24 Stunden. Und dann seht ihr ja schon alle Angebote, wie zum Beispiel, ich sag mal, NBT Nulls, Spawn Egg, ist ja immer noch ein bisschen mehr wert. Steht hier, Creeper, Spinne, Schaf. Steht hier jetzt noch keinen Preis dran, ähm, Creeper 19k, Schaf. Seht ihr, und dann werden da halt schon, hier kann man sich verschieden bieten. Normal ist es so, dass die Preise mit dran stehen, und dass der SKP dran steht, bei sowas, oder bei Dingen, SKP heißt Sofortkaufpreis, ist ja klar. Und, ähm, ja. Gut, dann gehen wir mal auf den Bereich, ich suche, ich denke, ich hab das jetzt genug erklärt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ähm, dann gehen wir mal auf den Bereich, ich suche. So, ich suche, sagt ja schon der Name, falls ihr jetzt ein Beispiel sagt, ähm, ähm, oder ihr könnt auch zum Beispiel, äh, wenn ihr was, wenn ihr selber was verkauft, ja, könnt ihr auch zum Beispiel selber filtern, bei den Suchen nach, ähm, ich sag mal nach Material, die letzten 24 Stunden, und ihr habt zum Beispiel, äh, ich sag mal 10 Dekas Knochen. Und wenn jetzt hier so eine Anzeige wäre, ich suche Dekas Knochen, dann könnt ihr die drauf antworten, und dann könnt ihr euch auf den Preis einnehmen. Hm, das sagt schon der Name, wenn ihr was sucht, könnt ihr auch was reinstehen, aber ihr könnt sowohl als Verkäufer draufgehen und selber, ähm, sagen, jo, ich, äh, verkaufe das für so und so viel. Was ich aber noch nicht gesagt habe, ähm, was mir aber auch noch persönlich sehr wichtig ist, falls ihr jetzt wirklich nach was explizitem sucht, äh, wie zum Beispiel, ich sag mal, neuner Merch, geht ihr einfach nach hier oben, gebt das ein, neuner Merch, wird meistens Leertasten eingehen, und dann seht ihr schon, äh, 22 Aufrufe. 22 Klicks, könnt ihr das anklicken, und dann seht ihr hier, letzter Beitrag am Montag, ähm, kann man mal draufgehen. Dann finden, wird euch alles, was zu dem Begriff neuner Merch gefunden wurde, angezeigen, wohin suche ein, hier sucht ihr zum Beispiel jemanden Bilder, falls ihr gut bauen könnt, könnt ihr das dann, äh, machen. Umso ist auch ein recht bekannter Spieler, ich glaube von CityBit8, äh, weiß gar nicht, von woher hat er stand, ich darf von CityBit18 sehen, sein Clan, hatte, glaube ich, auch, äh, viele SpawnGS immer. Hm, oder wir sagen, wir suchen nach, nach was könnte man denn jetzt mal suchen, ich suche halt hauptsächlich nach Platz, weil ich viel mit denen handele. Aber was auch vielleicht viele suchen, ja, zum Beispiel, ihr gebt Köpfe ein, Köpfe, seht ihr schon, da ist einiges, Köpfe, Halloween, äh, da wird euch jetzt zum Beispiel, wo hat euch die News jetzt hier angezeigt, also da wird euch wirklich alles angezeigt, wenn ihr jetzt Köpfe eingebt, äh, seht ihr alle Beiträge, die als letztes da gemacht wurden, oder? Hm, Hm, ja, Admin-Kistenköpfe, kann man ja mal drauf gehen. So, hier sind einige, äh, wo ist die Köpfe aufgelistet, Admin-Kistenköpfe, ausverkauf, ja, seht ihr schon, verschiedene Köpfe, verschiedene andere Reitipps auch noch. Also, wenn ihr wirklich was Explizites sucht, hier eingeben, oder wenn, äh, oder gebt eine Anzeige bei, ich suche drauf, am besten macht ihr beides, hier, das, und bei, ich suche. Und falls ihr jetzt wirklich, ich sag mal, hier irgendwas kaufen wollt, würde ich euch empfehlen, nicht immer unter dem Beitrag zu schreiben, bei, dann wird er wieder nach oben gewenkt, und dann können andere Leute drauf bieten. Ich würde euch empfehlen, geht bei den Leuten auf der Pinnwand, ähm, auf der Pinnwand, sprich, auf das Profil klicken, da könnt ihr auch nochmal nachgucken, auf welchem City-Bild wir spielen, könnt ihr auf das City-Bild gehen, könnt ihr abklappen, könnt ihr anschreiben, yo, ich hätte interessant, das und das, würdest du es mir vielleicht für so und so viel verkaufen. Oder ihr könnt den hier zum Beispiel schreiben, unter Konversation starten, eine Direktnachricht schreiben, schreibt ihr den mit Treff hin, und dann könnt ihr schreiben, so und so. Und dann wird der Beitrag nicht mehr nach oben gewenkt, und dann habt ihr eine größere Chance, zum Beispiel, Items zu bekommen. Viele lassen sich dann auch immer drauf ein, und streichen das dann, aus ihrem Beitrag, was sie denn schon verkauft haben. Gut Leute, ich hoffe, euch hat dieses Kanal Video gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Tschaui.